Ni hau meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute, ich bin gerade auf dem Entwickler-Account und heute werden wir ein Mini-Guide machen bzw. ich werde euch sagen, meiner Meinung nach, wie ihr am besten Squeaks spielt und wo ihr ihn am besten pushen werdet. Ich werde ihn tatsächlich auf Rang 35 pushen Am ersten Tag werde ich ihn, denke ich, auf 1000 erstmal pushen onstream und dann vielleicht noch auf 35 müssen wir mal schauen, Leute und ja, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr Squeaks findet Ich persönlich finde ihn ziemlich nice, echt süßer Brawler und ja, wenn ihr solche Guides feiert, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal gerne ein Like da auch gerne mal ein detaillierteres Guide wie gesagt, meiner Meinung nach ist der Brawler ziemlich stark und ja, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und keine Update-Informationen verpassen wollt bzw. High-Level-Gameplay feiert lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke hier gibt es jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Stream und das schon seit über zwei Jahren Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video Let's go So Leute, wir gucken uns jetzt als erstes mal an Squeaks ist ein Mystisch Brawler wichtig Leute, und wenn ihr euch ihn gönnt, könnt ihr gerne im Shop meinen Trader-Code eintragen Würde mich sehr freuen und kostet euch nichts Squeaks wurde versehen nicht von Colonel Ruffs erschaffen und ist ein geborener Abortierexperte Das ist krass, Leute Ich wusste es gar nicht, dass er von Ruffs erschaffen wurde Wir gucken uns auch natürlich das Wichtigste an Die Pins, Leute Ich persönlich feiere Pins mega und Squeaks könnte wirklich einer meiner Lieblings Brawler sein Es kommen gerade mega viele Abonnenten rein Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch Leute, das Gadget, die Reichweite von Squeaks nächsten Klumpen, also normaler Schuss erhöht sich um 100% Ich zeige euch das gleich noch, auch ingame Sein Gadget ist sehr, sehr wichtig Wenn ihr das habt im Shop, gönnt euch das Alle Gegner im Explosionsbereich des Klebeklumpen erhöhen den Schaden des Klumpens um 10% Das heißt, umso mehr Gegner da drinnen sind, umso mehr Schaden machen die Bomben Was mega, mega stark ist Und ja, wir gucken jetzt Deswegen heißt sie auch Kettenreaktion, ne So, deine zweite Starpower ist super klebrig Sekundäre Klebeklumpen Explosieren von Squeaks Superskill Verlangsamen Gegner Außerdem 4 Sekunden lang Das heißt, Leute Die Bomben von seiner Super verlangsamen die Gegner Und das macht 10% mehr Schaden Ich muss ehrlich sagen, Leute Es ist 50-50 Ich kann euch noch nicht sagen, welche Starpower besser ist Persönlich, vom Lesen her, muss ich ehrlich sagen Das Sekundenslown ist schon ziemlich, ziemlich stark, ne Aber auch 10% mehr Damage ist sehr, sehr stark Das muss ich mal gucken, was besser und wo besser ist Und ansonsten, ja, würde ich sagen, Leute Wir kommen jetzt zu den Maps, wo meiner Meinung nach Squeaks besser ist Beziehungsweise, wo ihr ihn gut pushen könnt So, Leute, also ich habe mir jetzt mal alle Solo- und Duo-Showdown-Maps angeguckt Und zwar würde ich euch tatsächlich empfehlen Am Anfang, wenn ihr schnell pushen wollt, in Brawl Ball zu pushen Oder halt in Duo-Showdown, wenn ihr keine Teammates habt Weil gerade im Duo, muss ich sagen Ihr seht, guckt mal, wie schnell die Kisten weggehen, ne Also, oh, nice, ich hab nicht gebrochen Die Kisten gehen halt mega schnell kaputt Und ihr seht, ich zeige euch jetzt auch nochmal das Gadget Einfach doppelt so viel Reichweite, ne Hier seht ihr nochmal Doppelte Reichweite Und hier ist der normale Schuss, ne Was halt echt sehr, sehr stark ist Und ja, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen Im Duo-Showdown kann man ihn sehr, sehr gut pushen Aber auch im Solo-Showdown Tatsächlich auf jeder Map, ne Also ihr müsst gucken, wie hoch ihr ihn pushen wollt Also auch, ich schätze so bis 800 könnt ihr ihn überall im Solo und Duo pushen Ab danach wird's mehr Tryhard Und ja, wie gesagt Spielt gerne mal Squeaks mit Andere Long-Range-Brawler wie Piper, Proc Wird ziemlich nice sein Und ja, auf jeden Fall Auf alles oder nichts ist er sehr gut So Leute, ich hab mir mal überlegt Wir machen das jetzt anders Und zwar gehe ich jetzt einfach auf Gemgrab Und gucke mir die Maps an und sage euch Wo man ihn am besten pushen kann Und zwar wird er meiner Meinung nach Leute, wie gesagt Ich muss das natürlich auch erstmal selber testen Wie er ist, ähm, richtigen Spiel Ähm, ja Ähm, Juwelenjagd Definitiv Auf mysteriöse Mine ist er gut Crystal Arcade ist auch ziemlich nice Ja, Ice Sword kann man ihn auch spielen Er hat gut Range Gift Ja, ich glaub Um ehrlich zu sein Es sind eigentlich fast alle Maps ziemlich nice Ja, diese Map ist auch Erzgrube ist auch ziemlich gut Oh, ja Ja, könnte gut sein Ich muss echt sagen Eigentlich ist Squeaks overall ziemlich gut Hier würde ich ihn jetzt nicht spielen Unbedingt Je nachdem Also, wenn ihr mit guten Mates spielt Kann man ihn auch hier pushen Hier Ne, hier würde ich ihn nicht spielen Hier spielt jeder Tara, Bo, Gene und alles, ne Hier würde ich ihn jetzt nicht pushen Um die Ecke Hier würde ich ihn auch nicht pushen Weil hier gibt es zu viele Porters Wo die Leute reinporten Schlangen Shop Ist ne gute Map, Leute Hier würde ich ihn pushen Es gibt echt viele Gem Maps Das seh ich erst jetzt Deichbruch Meiner Meinung nach nicht sehr gut, Leute Auf der Map würde ich ihn nicht pushen Ja, hier auf jeden Fall, Leute Ist ne sehr offene Map Ist ne sehr offene Map Kann man ihn sehr gut spielen Hier würde ich ihn auch spielen können Und diese Map Muss ich ehrlich sagen Habe ich noch nie gesehen Äh, ja Diese Map habe ich noch nie gesehen Ich hab keine Ahnung Was für Die war sehr lange nicht mehr, oder? Ne, die war sehr lange nicht mehr da Okay So Die Map, Leute War schon sehr lange nicht mehr da Das kann Dazu kann ich euch leider nichts sagen So Hier Ein Schädelufer Wie gesagt, Leute Im Duo Show Dann Sag ich euch nochmal Würde ich euch empfehlen Vielleicht bis maximal 800 zu spielen Und dann lieber im 3 vs. 3 gehen, ne Und ja Diese Map Würde ich sagen Ist okay Kann man pushen Hier mit Robotern wäre geil Hier mit Robotern ist sehr, sehr stark Alles oder nichts Ist er sehr, sehr stark Felswandbrauen Würde ich jetzt nicht sagen Hier sind sehr, sehr viele Wände Ne Hier sind sehr, sehr viele Wände So Säure sehen Ist ne sehr gute Map Wirbelhöhle Ja Mit nem Bow Könnte es funktionieren Könnte funktionieren Inselinvasion Spielt jeder Tarabo Ist unmöglich Also aktuell Ist leider unmöglich Squeaks zu pushen Meiner Meinung nach Hier kann man Squeaks pushen Auf dieser Map Würde ich Squeaks Auf jeden Fall nicht pushen Hier sind zu viele Wände Hier kann man Werfer spielen Meiner Meinung nach Countdown sogar Werfer Squeaks Dunkelpassage Kann man auf jeden Fall Squeaks spielen Sichere Mitte Kann man Squeaks spielen Verfluchte Fälle Kann man Squeaks spielen Wie gesagt, Leute Solo Show Dann würde ich nur Bis 700 800 versuchen Aber ich würde euch Lieber empfehlen Mehr Duos zu spielen Tatsächlich Weil die Maps Auf Duo eher bezogen sind Na, hier kann man auch Duo spielen Höllenhöhle Würde ich jetzt nicht spielen Um ehrlich zu sein Vielleicht mit dem Bow Höchstens Diese Map Diese Map ist gut für Squeaks Oh, Kaboom Canyon Wird eine sehr gute Map Sein, Leute Das wird zu 100% Eine sehr gute Map GD Moatree Kann auch Squeaks sehr stark sein Sehr stark sein Sichere Zone Wenn Bell genervt wird Kann man Squeaks Gespielen Ansonsten nicht, Leute Ihr wisst ja Ich habe ja hier meine Bell auf Rang 35 gepusht Heißes Eisen Wird Squeaks stark sein Nicht broken Aber stark Kehrwände Eher nicht so Diese Map Wird er auch stark sein Das ist eine sehr offene Map Auf Snake Assault Und Central Traffic Auch auf jeden Fall Und jetzt kommen wir schon Zu Bounty Leute Und zwar Ich finde das gerade so spannend Weil ich habe Ich wusste gar nicht Dass es so viele Map gibt Das ist echt heftig Hier Schlangenbrärie Wird auch sehr stark sein Shootings da auf jeden Fall Auch, Leute Kanal Grande Jetzt eher nicht so Weil dort spielen die alle Tick und Sprout Und die Boxerin Trockenzeit Kann man ihn spielen Gibt es aber bessere Map Lila Paradies Ist ein 1 vs. 1 War noch nie Ein 3 vs. 3 glaube ich Ähm Land Ahoy Würde ich ihn nicht spielen Auf jeden Fall nicht spielen Da spielen die auch Werfers Mh Hier Ne Hier würde ich ihn auch nicht spielen Leute Hier würde ich ihn auch nicht spielen Open Blaser Spielen die auch sehr viele Werfers Werfers counter Beziehungsweise Maps mit vielen Wänden Counter und Squeaks Hinterhof Auf jeden Fall Auf jeden Fall, Leute Hier auch auf jeden Fall Hier auch Hier kann man ihn auch Auf jeden Fall spielen Hier auch Auf Sonnenkick Mittelpunkt ist eine gute Map Feldtor ist eine gute Map Hier würde ich jetzt nicht unbedingt sagen Leute Hier würde ich jetzt nicht unbedingt sagen Hier ist eine sehr gute Map Das ist auch Squeaks hat echt sehr gute Maps Muss ich ehrlich gestehen Hier kann man Squeaks gut pushen Ich glaube Squeaks pushe ich echt auf 35 Hier kann man auch Boxing Days und Clean Shot Leute Squeaks hat echt gute Maps Wir kommen jetzt mal zu Siege Leute Siege ist ja mein Lieblingsmodus Und ich glaube man kann ihn überall spielen Hier ist sogar überall mega gut Ja Leute Man kann die Squeaks überall spielen Auf jeden Siege Map Die ich euch gezeigt habe Beziehungsweise jede Map die es gibt Kann man meiner Meinung nach Squeaks spielen So Hot Zone muss ich ehrlich gestehen Hot Zone spiele ich in letzter Zeit gar nicht Oh das wird ein bisschen schwer sein Hot Zone Euch da zu viel zu sagen Aber Ich denke Hier kann man Squeaks spielen Hier wird es schwer Hier wird es sehr schwer Es sei denn Ihr spielt mit Colt und Brock Und macht alles auf Hier ist Squeaks gut Hier ist Squeaks gut Gut Ähm Ja doch Hier ist auch Squeaks gut Und hier ist Squeaks auch okay Leute Gut Ähm Ich würde sagen Das war es jetzt mit dem Video Es war ein Mini Guide Leute Ich hoffe euch hat dieses Mini Guide gefallen Wenn ihr Guides sehen wollt Beziehungsweise detaillierte Guide Lasst auf jeden Fall ein Like da Falls ihr nichts verpassen wollt Abonniert gerne den Kanal Und aktiviert die Glocke Wir sehen uns Haut rein Und Ciao Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal